Okay Das war ein Schwert, tschüss Tschüss Hammer Ja, geh auf Hammer Okay Ich mein Deutsch weiß ich sowieso Hier Hammer Ausweichen Schaden Mehr Rüstung Rüstung Mana Ein Bogen Geh magischer Schaden Ja, da kannst du das auch noch nehmen Hier Droide Kannst du das auch noch extra haben sogar Plus zusätzliche Schmuck Geht das mit dem Betäuben Definitiv Ich weiß gar nicht warum ich das nicht früher schon genommen hab Und Giftschaden Und nochmal mehr Bewegung Erstmal was hast du hier? Geht es das für den Boss? Super Nein Ja, das mit der Festung ist halt auch 100% mehr Gift Das wäre halt für die Für den Droiden so gut Gut Ja, hier Festungsmeister Mehr Bewegung Fähigkeit Reichweite Okay, das war jetzt nicht schlecht Okay Okay Hier Spezialität Genauigkeit Tägliches Mana Jetzt kommst du Definitiv Bewegung Ein bisschen Mana Schadet nicht Ich hätte Gerne Genauigkeit Hier Okay, Vorteile Mana ist Schaden Dann wäre hier Mana ein Besser Ja Mana ist Schaden Es werden für eine Runde Hier Okay, mehr Schaden Das mit heilen Mh 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 Ja, mehr Schäferlist Okay, Resistenz Ausweichen Schaden Na, Zufall Unverlässigkeit Tägliche Gesundheit Physische Schaden Chance zum Betäuben Optimist Optimist Erfahrungspunkte Ja, okay, kann ich nehmen Auch wenn es nur eine Runde ist Besser als nichts Geht es von vier Seiten Zwei, Zwei, Einer, Einer Aber der eine muss stark sein Damit meine ich stark Einzel Einzel Tue ich Dich hier hin Dich Hier hin Nein, du bekommst noch Nahkampf Du bekommst Den Druiden Und den hier Okay Waffentechnisch Sind alle in Ordnung So kann ich damit leben Rate mal wo Mach ich Okay, von hier und von hier Hab's auch nicht anders erwartet Du kommst von dort Okay Du kommst von dort Du kommst von dort Was ist denn hier Was ist denn hier? Das ist es jetzt Okay, aber Egal was ich mach Zack Das ist es, ne? Obwohl, ich kann ja verkaufen Das kostet leider 30 Okay, ich könnte natürlich auch die machen, ne? Ja Ja Mach ich noch Ich mein, das ist auch nur vollsten 60 Okay, hätte es sich vielleicht doch ein bisschen mehr gelohnt Okay, ich will hier noch einen zusätzlichen Ballista Wohl nein, ich will die hier haben Zack Zack Wie viel kann ich eigentlich noch? Noch ne Menge Hallöchen Okay, zack 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 Okay, dabei ist es zu kontinieren Und weil ich allgemein noch hier einen wollte Und statt nach oben kommt da unten noch einer Zack Habe ich Noch fünf Ballista kann ich bauen Zwei kommt definitiv noch hier hin Drei Drei Vier Fünf Ja Und die fünf werde ich sogar noch bauen können, bis ich bei der nächsten Boss bin Perfekt Perfekt Das einzige was schade ist, ich werde das mit dem Schmuck Von der Göttin hier nicht schaffen Weil ich so gut wie kein Schmuck jetzt hatte Allgemein Allgemein Bin ich vom Bauen her nicht so gut wie beim letzten Mal Ich habe mich mehr auf Materialien fokussiert Das letzte Mal hatte ich ja Materialtechnisch Echt abgelust Aber sowas von Okay, ich könnte noch einen Magie heilen Mal wieder Und beenden Und beenden Die vorletzte Runde wieder Das gefühl ich war auch allgemein Jetzt wesentlich schneller als beim letzten Mal Aber könnte natürlich auch sein, dass ich mir das eigentlich nur einbilde Denke jetzt aber nicht Ich gehe erstmal Elite Blockierer Mag ich gar nicht Zack Mit Gift optimal Zack Zack Mit Gift optimal Zack Gift Zack Tops Zack 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 Versteck Zack Zack Das ist ein Wettbewerb. Okay, wieder so. Okay, alle vernichtet. Dann gehen wir zum nächsten. Oh Gott, das sieht ja mal gar nicht gut aus. Tot. Okay, mit zehn hier. Okay, so. Nein, dafür nicht. Okay, ich hab auch noch euch. Okay, zu benden. Okay, der Magier hier. Der wird... wieder nicht. Ich hoffe, der klaut mir jetzt keine Magie. Ein Aktionspunkt, damit kann ich leben. Das ist nicht ansatzweise so schlimm, wie wenn er mir Magie geklaut hätte. Ein Wookie. Zack, zack. Besiegt. Kommt keiner näher. Absolut super. Absolut. Spree. Kat. Kat. mehr Tote und jetzt kommt's okay du hast Vergiftung das heißt ich mach dir ne Menge Schaden okay jetzt kann ich mich voll ganz auf dich konzentrieren zack zack oh er kippt auch wenn er noch das Gift sollte den Rest machen dann kümmerst du dich nächste Runde um deine eigenen Gegner okay du bist doch dort zu best sehr gut sehr gut ich sag doch mit den neuen Waffen klappt das schon das ist schon wieder ne ganz andere Welt nichts oh Gott okay du stirbst wegen Gift sowieso so okay das ist schon wieder ich bin tot 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 Ok, die Basilisten sollten sich um die restlichen von denen kümmern. Ich mach erstmal Gift auf die. Auf die? Ich mach das nicht. Okay. Zuallererst, Bugistung. Okay, und ich bin jetzt alle. Super. Das wird jetzt wirklich was. Oh, ich bin jetzt in der Fülle, ich bin jetzt hier. Perfekt. Jetzt noch... ...Klose und dahin... ...Fier... ...Elemente! Sack! Und noch einer weg! Ich muss sagen, es... ...Es läuft... ...Ausgezeichnet! Du hast nichts mehr, auch nichts mehr, also kann ich zugreifen? Da hatte ich mir... Oh doch, habe ich! Ich bin ja mittlerweile hingegangen! Ah, ist schon! Oh, der muss weg! Ah, er hat mir mal einer geklaut! Okay... Am wichtigsten ist es, den loszuwerden! Die Zeit ist echt ungern, aber die sind so... ...Asozial! Jetzt muss man gleich loswerden, wenn es irgendwie geht! Auch keine Fragen stellen nichts! Einfach ausmerzen! ...Auf nicht... ...Auf nicht! ...Auf nicht! Jetzt nicht erst mal die einen emergenen Gamle! Okay... Fünf Stück! ...Nie drei! Wie gesagt, einfach... ...einfach... ausschließen und sie kommt immer hier immer hier ok der kommt immer hier die 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 ARD Text im Auftrag von Funk